Bevor Sie beginnen, achten Sie darauf, dass sich Ihr iPhone oder iPad in Ihrem lokalen Netzwerk befindet. Legen Sie sich Namen und Passwort Ihres lokalen Netzwerkes bereit. Begeben Sie sich mit Ihrem iPhone oder iPad in die Nähe Ihres Miele-Gerätes. Legen Sie sich die Seriennummer Ihres Miele-Gerätes bereit. Diese finden Sie auf dem Typenschild. Laden Sie die Miele at Mobile App aus dem Apple App Store herunter. Geben Sie hierfür Miele at Mobile in das Suchfeld im Apple App Store ein. Nach der Installation starten Sie die App über das Icon. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen, nachdem Sie diese gelesen haben. Um alle Funktionen der Miele at Mobile App nutzen zu können, benötigen Sie ein Miele-Benutzerkonto. Wählen Sie zum Anlegen eines Kontos Registrieren. Sollten Sie bereits bei Miele registriert sein, nutzen Sie diese Daten, um sich direkt in die App einzuloggen. Wählen Sie in diesem Fall Login. Für die Kontoerstellung wählen Sie Ihr Land und füllen anschließend alle Felder aus. Und wählen Sie ein individuelles Passwort. Angaben zum Passwort finden Sie in der Hilfe. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Benutzerkonto anlegen. Wählen Sie, ob Sie Mitteilungen auf Ihrem mobilen Endgerät erhalten möchten. Eine Mitteilung wird beispielsweise durch das Programmende Ihres Miele-Gerätes versendet. Sie sind nun eingeloggt und können mit der Geräteanmeldung beginnen. Wählen Sie Geräteanmeldung starten. Wählen Sie den Gerätetyp aus, den Sie verbinden möchten. In diesem Video wird ein Geschirrspüler vernetzt. Anschließend wählen Sie Weiter und treffen Ihre Modellauswahl. Bestätigen Sie die Modellauswahl ebenfalls mit Weiter. Um das Miele-Gerät per WLAN-Passwort und Netzwerkauswahl zu verbinden, wählen Sie bitte Weiter. Bevor Sie Weiter wählen, aktivieren Sie das WLAN Ihres Miele-Gerätes. Schalten Sie Ihr Miele-Gerät ein und öffnen Sie das Menü Einstellungen. Wählen Sie unter Miele at Home Einrichten und Per App Verbinden aus. Wählen Sie anschließend in der Miele at Mobile App Weiter. Identifizieren Sie die Seriennummer auf dem Typenschild Ihres Miele-Gerätes und bestätigen Sie die Aufforderung in der Miele at Mobile App mit Weiter. Verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad mit dem Netzwerk Ihres Miele-Gerätes, indem Sie die Miele at Mobile App verlassen und die WLAN-Einstellungen Ihres iPhones oder iPads öffnen. Wählen Sie unter Netzwerk wählen das Netzwerk, das mit Miele at Home beginnt und geben Sie als Passwort die letzten neun Ziffern der Seriennummer Ihres Miele-Gerätes ein. Ihr iPhone oder iPad ist nun mit dem Miele-Gerät verbunden. Bitte wechseln Sie im Anschluss zurück in die Miele at Mobile App. Bestätigen Sie den Hinweis mit Weiter. Sie erhalten den Hinweis, dass Ihr iPhone oder iPad erfolgreich mit dem WLAN des Miele-Gerätes verbunden wurde. Wählen Sie Weiter. Wählen Sie an dieser Stelle Ihr lokales Netzwerk aus, mit dem das Miele-Gerät verbunden werden soll. Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Heimnetzwerkes ein und wählen Sie Weiter. Ihr Miele-Gerät wurde Ihrem Miele-Benutzerkonto hinzugefügt. Sie können die Miele at Mobile App starten, indem Sie zum Gerät wählen oder ein weiteres Gerät hinzufügen. Das neu eingerichtete Miele-Gerät wird in der Miele at Mobile App angezeigt. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Miele-Gerätes. Wählen Sie den Menüpunkt Fernsteuerung. Schalten Sie die Funktion gegebenenfalls ein. Öffnen Sie das WLAN-Gerät. Öffnen Sie das WLAN-Gerät. Öffnen Sie das WLAN-Gerät. Miele-Gerät.